Wir haben hier die Situation, dass wir in dieser Nische eine Türe machen müssen, auf die alte Mauer, in die Laibung eingepasst. Das Problem hier ist, dass wir schiefe Mauern haben, einen unregelmäßigen Rundbogen und wir müssen jetzt hier die Masse aufnehmen. Die Lösung ist in diesem Fall der 3D-Disto. Wir nehmen hier die genauen Masse direkt auf der Baustelle, übernehmen die in die Planung und die begleiten uns dann bis zur Montage. Das hat den Vorteil, dass wir bei der Montage sehr viel Zeit sparen können und der dritte Vorteil ist für den Kunden, dass er eine sehr saubere Arbeit hat. Das hat den Vorteil, dass wir bei der Montage sehr viel Zeit sparen können. Das hat den Vorteil, dass wir bei der Montage sehr viel Zeit sparen können. Musik Danach, weil wir uns immer mit neuen Sachen beschäftigen und auch die Überlegung ist, wo wir Zeit einsparen können. Das Gerät ist fantastisch. Das ist wirklich genial. Heute brauchen wir das fast täglich bei jedem Auftrag, den wir machen. Untertitelung des ZDF, 2020